Und hallo YouTube, willkommen zu Grand Theft Auto, San Andreas, einem kleinen Let's Play, was wir starten. Und ich hoffe, ihr habt alle Bock. Ich hoffe, ihr habt eine Lust. Und rein, würde ich sagen. Was's up, sweetie? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. Hey. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Not bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's, you know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pindleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Carl 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pindleberry's down? We'll be right over here, Hernandez. Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller country. Oh, shit. I ain't represented Grove Street in five years. But the ballers won't give a shit. Here we go again. Drücke W erst die. Ich wollte eigentlich Controller spielen. Geht das auch? Kann ich, kann ich, kann ich auf Controller ändern? Äh. Kann ich das nicht auf Controller ändern spielen? Hallo? Ah, doch, kann ich. Sehr gut. Und damit hallo. Und willkommen zu, geht das an Andreas? Ja, das ist ja, also tut sie die Grafik ist ja gerade nicht so episch, weil sie so episch aussehen, das ist ja hier, die Fiddle-Fedition ist ja quasi das, ich nenne es mal das Remake von GTA San Andreas. Und ich sehe gerade, ich muss meine Kamera wollen, das packen wir hier aufnehmen. Das mache ich gleich. Danke, Problem. Groove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. So. Also bei ihm ist die Szene mal im Wechseln. So. Und. Ken, wo bist du? Da. Hallöchen. So. Machen wir das so. Wie findet ihr denn das Spiel? Und ich wundern, nein, liebe YouTube-Leute, ich bin natürlich wieder am Stream aufnehmen. Und ich COVID-19. Du bist der falsche Haus, Mann! Ey, ey! Big Smoke! Das ist ich, Karl! Chill, chill! CJ? Oh, mein Hund! Was ist das? Ey, Baby, du okay, Mann? Nah, Mann! Das ist meine Mutter, Mann! Ey, ich weiß nicht warum das hat zu passieren, aber ich versuchte dir, ich werde herausfinden, wer hat deine Mutter zu töten. Die Sprech ist kold, Mann. Wie es sagt in dem Buch, wir sind gebeten und gebeten. Was ist das Buch? Die gleichen Dinge machen uns lachen, machen uns schreien. Aber jetzt müssen wir uns auf unsere Arbeit beziehen. Geh, dein Bruder in der Cemetery. Komm, lass uns schreien. Ja, das ist cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I miss you these five years, man. Yeah, they're going to be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years she was, nigga. I'm going with this... And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them assays. You know we beefed it. They ain't nothing but a bunch of low-line. Look, I love women. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, bitch. As long as he treat her right. Disrespect you. And he dead. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Also, ich hab's doch nur am Anfang für die Kamera ausgemacht. Oder was meint ihr davon, Chad? Soll ich die Kamera anders oder nicht? Also, wir kommen zurück zu GTA San Andreas. Habe ich vor Ewigkeit mal durchgespielt. Und es ist natürlich wie immer eine Streamaufnahme. Ach, du Scheiße. Und ich bin ein bisschen eingerostet. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Oh, mein Gott. Geh aber weg, Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack. Please. Thank you. Dankeschön. Das ist ja mein Kopf, der kann ich umfahren. Und ich weiß nicht, warum, aber geht das dann? Das muss ich mit Controller spielen. Wie spielt ihr das der ganze denn? Mit Controller, das muss ich das dann tun. Oh, mein Gott. Geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. So, was du trickst. Wenn ich mir den Kopf wäre, wäre gut, ich könnte ihn umfahren. Für eine Waffe schon mal. Geh mir nicht auf den Piss. Das ist das erste Mal, dass ich die Definitive Edition spiele. Tatsächlich. Also, ich hab vorher noch nie die Definitive Edition gespielt. Mal gespannt, wie... Wie sehr sich das abhebt voneinander. Aber jetzt bleibt die Kamera auch bei den Cutscenes an. Ich hab halt nur vorgemacht, wegen... Wegen, äh, ne? Anfall. So, die alten Let's Play-Regel. Man kennt's doch. Das Let's Play-Forum hat gesagt, das muss so, also muss das so. Also, eine Frage an YouTube erst mal. Wie findet ihr das Spiel? Und jetzt eine Frage an meinen Stream-Chat, der hoffentlich auch antwortet. Guten Morgen, Stream-Chat erst mal. Wir sind gerade mitten in einer Stream-Woche. Wir spielen wieder sieben Tage durch. Wie findet ihr das Game? Das Original. Mal ganz erstmal, dass ich das Geld einmal anzeigen. Ganz kurz, danke schön. Tschüss. Wie findet ihr das Game? So. Hab's gefeiert, sehr schön. Es wird übrigens kein 100% Let's Play. Wir spielen es casual durch. Wenn wir es casual durch haben, dann sind wir zufrieden, weil das dauert, glaube ich, schon lange genug. Wie lange dauert das Game ungefähr, chat? Also, wie viel Spielzeit hat das Ganze? Das krass ist, also ich finde, dass ich auch so hier so, hier gerade die, die definitive... Oh mein Gott, gehst du mir auf den Sack. Aua. Ich finde auch tatsächlich, dass GTA San Andreas mehr live wirkt, um es mal zu sagen, als zum Beispiel GTA 5. Zum Beispiel hier links kannst du rein. Du kannst fast überall rein. Du hast Freundinnen, die du treffen kannst. Also ich finde, dass es San Andreas das besser ist, also besser als GTA 5. Puh. Du kannst du auf dem niggas, was gangster. Ryder, niggas. So, du kannst das Spiel speichern, mit dem T-J-Haus. Ich denke, ich kenne das alle. Wir gehen da rein und speichern. Du kannst das speichern, mit dem Garage parkst du. Das kennen wahrscheinlich auch schon viele von euch. Ja, tatsächlich, also... Jeder San Andreas hat einfach mehr... Die Welt ist einfach belebter. Du kannst in eine Bar reingehen, du kannst da Videospiele spielen, was euch daran erinnert. Falls nicht, ich zeige es euch nochmal. Als Beispiel jetzt hier vor... Wir brauchen erstmal die Waffe nochmal jetzt hier. Ja, wir gehen da ins T-J-Haus, gar kein Problem. So. Als Beispiel jetzt hier. Ich würde mich einfach reingehen und... Haben wir eine komplette Bar. Erstmal schön das MNO. Und dann hast du hier quasi kannst du gegen die ganze Billard spielen. Du kannst hier einfach im Automaten, kannst du einfach jetzt hier plötzlich so ein Bienen-Level spielen. Das heißt, einfach viel, 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 viel mehr annehmen. Aber ja, wir machen, wie gesagt, nichts irgendwie... 100%. So, Fahrrad. Wieder zurück. Wir brauchen jetzt erstmal unsere Waffen. Es gibt natürlich nämlich Waffen, die du dir holen kannst. So wie, äh... Das ist so... Eine schöne Weste hier unten drunter. Jeder kennt's. Da, 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 da. Einmal die Weste mitnehmen, bitte. Dankeschön. Wir müssen mal anfangen, unsere Ausdauer ein bisschen aufzubauen für später. Auch das Ausdauersystem. Das ist einfach viel, viel cooler gemacht. Du kannst DJ-Fett werden lassen und kannst DJ-Muskulös werden lassen und, und, und. Das ist schon echt cool. Also, ich feiere das wirklich sehr, sehr. Es wird sich halt mehr... Also, das ist eigentlich nicht ideal, aber es ist natürlich... Es ist mehr customizable gefühlt als... Das andere. Wie wechselst du die Waffe? So schießt ich noch mal. Ah, auf der Fall. Ja, ja, es war auch hier Tuning und so. Das ist natürlich geil. Äh... Wir müssen ins Haus gehen, um weiter fortzuschlagen. Und dann geht's gleich die erste Missionen. Rider. Ach, wo war die denn noch mal? Alleine, der Großteil weiß gar nicht mehr, aber das sind Disketten. Das waren noch Zeiten. Disketten, Alter. Ich spür die Flasche nehmen wir auch schon mal mit. Wenn der Basketballblatt stimmt. Ah, ne, die Kamera wollte ich nicht. Oh, ich spür die Flasche gibt's noch gar nicht, ne? Oh, ne, Klasson wollte ich auch noch nicht rein. Aber können wir aber einfach mal ganz was ausziehen, in dem das Obertal. Ich fühle mich ohne Musik natürlich nicht so gut an wie, 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 wie mit Musik, aber, äh... Mit Musik kann ich halt nicht auf Video hochladen. Ich denke, es könnte verstehen. Echt, das weiß ich. Also, was City ist tatsächlich ein Game, das müsste ich mal durchspielen. Habe ich tatsächlich noch nie durchgespielt, aber ich habe ja die Definitive Edition, dadurch habe ich alle drei Spiele. Also, drei und Vice City und San Andreas. Und dann könnten wir uns vielleicht auch irgendwann mal, äh, Dinge schnappen. Ach, der Barfl, stimmt. Hä, bin ich dumm? Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Große Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grohs. Now we're so busy set tripping and Balls and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Echt jetzt? Ach, du Scheiße. Ja, wir werden alt. Wenn man sich das... Wenn, wenn, wenn Kinder einen fragen, warum hast du denn das 3D-Symbol gedruckt? Ach, nee, den, den Nackel kann ich jetzt gar nicht mehr wegpacken. Den habe ich jetzt immer, ne? War das, oder? Ich konnte mal nicht wegpacken, dass ich jetzt irgendwie sage, pack den jetzt weg. Ne, ne? Naja, dann ist das halt so. Ich versuche, irgendwie das so zu machen, dass, 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 dass die Missionen lesen können. Ich hoffe, es sind gleich die Missionen. Der heißt Rider. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Oh Gott. Oh Gott. Dann gehen wir mal ein bisschen money. Ich versuche, ich muss ein bisschen Kohle. My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't be in CJ. It's the best you got. So great is the police, so great is the police, so great. So, der Drogen, die nehme ich mir sehr viel Kohle. Ja, aber der wird ein Brettchen verteilt. Wie fahre ich den ruf jetzt? Ich muss immer wieder mit Schorn klarkommen. Ich habe ewig nicht mehr GTA mit Controller gespielt. Oder generell GTA gespielt, ne? So, und das hier übrigens, meine Damen und Herren, das ist die Map von GTA 5, was ihr euch, äh, ach, ich hatte reinfahren müssen, ich habe genau, muss rein dürfen. Ähm, das, das, das hier ist die Map von GTA 5 eigentlich, also das hier ist Los Santos. in den 2001ern? Ist das so? Ja, müsste GTA 4, muss ich mal spielen, muss ich mal sagen. Habe ich noch nie gespielt. Nein. Ich wollte die Waffe wegpacken. Ich. Wollte die Waffe wegpacken und nicht zielen. Oh mein Gott. Okay. Here we go again. Huchte, ja. Ach, Mann. Jetzt habe ich auch das Geld nicht mehr von dem Drogendealer. Ich brauche das Geld. Dankeschön. So, das war der lang. Er hat das Geld nicht mehr von dem Drogendealer. Habe ich damit bestimmt ein dela. So. Jetzt bitte, ja? So, jetzt aber Hauschneidern. Ne. Ne. Ja, wir haben den hier, die Conros. Nice, und raus. Ich sag, das Big Smoke. Gar kein Problem. Ja, ich hab auch Hunger. Ich hab heute meine Pizza verbrannt, ich hab nichts mehr zu essen zu Hause, ich hab auch einen wahnsinnigen Hunger. Ich hab nichts zu essen hier, ich hab so einen Hunger, ist der Wahnsinn. Das find ich auch gut, das System, dass wenn du nichts isst, dass du dann halt Essen verlierst und so, weißt du? Das war echt cool mit einem Stats-System eigentlich. Hallo. Guck mal, die volle Lutsche. Guck mal. Oh Gott. Run. Run, bitch. Run. Warte mal, wenn ich den noch jetzt umbringe, ne? What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Wer hat da gerne eine Schöne? Ach. Hallo? Alter, was hat das Ding gerade? Da war kurz ein Mikro von weg. Gehört? Holy shit. Jetzt reicht's. Ich werde nämlich die Schrotflinte haben, dankeschön. Alter, war plötzlich kurz, was war das denn? Oh nein, das fehlt mir auch noch, wenn das irgendwas kaputt geht, wie das Kabel oder sowas irgendwie. Da hat er gerade erst verkabelt, weißt du? Das ist immer, irgendwas geht immer kaputt. Vor allem natürlich dann, wenn du auch eine YouTube-Aufnahme machst und plötzlich so, hallo, ich spinns, die Technik-Probleme, Kuckuck, kleine Schlampe. Nie Glück, Alter, nie Glück. Och, nee. Oh, oh Gott, das ist eine andere Frage. So. Nice. Later, homie. So. Mich nervt doch jetzt schon der Schlag ein bisschen, ne? Muss ich sagen. So. Ach, wie spawnen die nicht wieder direkt wie sonst? Aha, so. Okay, ich dachte, die spawnen wieder. Muss ich wieder neu laden, wahrscheinlich, ne? Egal. Ich muss nachdenken, was... Ja, 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 ja. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch this, watch this. Look at, look at... Look who's here. He's running, man. What you think, you're back on the set? I told you that, bruh. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let him know you're back on the set. The Johnson Brothers are rolling again. Take this paint, and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, I'll take the whole hood back. You already spread out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor Chop. Hey, wait up. Nah, thought you hanged with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Speichern ist es wieder da? Okay, gut, vorsichtig. Dafür ist es schon wieder zu lange her. Da ist es schon wieder viel zu lange her, für. Hier geht's mal wieder zu. Dankeschön. Entschuldigung. Nice. Wie stolz, dass ich das langgucke. Ja, das war geil. Ich hab nie alle 100 geschafft, Emmi, ne? Ich hab nie alle 100 geschafft, irgendwie. Warte mal, geht das immer noch? Ich glaub, ich muss was testen. Aber man ist immer nur durch die Wand spielen. Ne, kann man nicht mehr. Oder ich bin einfach zu schlecht. Ja, das ist ganz alt, GDA. Ne, ganz alt ist es auch nicht. Das ganze GDA ist ja, GDA 1. Das ist GDA. Ja, wenn du's so nimmst, ist es fredig das vierte GDA. Das gibt ja GDA 1, GDA 2, GDA 3. Ne, dann haben wir GDA Vice City. Und dann kam GDA Vice City. Das ist das fünfte. Wenn man das genau nimmt, ist das ja das GDA 5. Ne? Wenn man's ganz genau nimmt. GDA 1, GDA 2, GDA 3, GDA Vice City, GDA San Andreas. Oh, da kam noch was dazwischen. Äh, Graffiti. Und in der Infinite Edition ist ein bisschen was an GDA 5 angepasst. Du hast auch diesmal ein Navigationssystem und sowas erst um und dran. Das ist tatsächlich ganz cool eigentlich. So, da waren die ersten Gegner. So, tschüss. Nee, das DS-Spiel war nicht dazwischen. Nee, nee, nee. Das DS-Spiel kam nach, geht erst an Andreas was raus. Wenn ich mich richtig erinnere. Kommen die auch nachher? Nee, komm sie nicht. Würdest du bitte da hoch springen? Gert's, schön. Und hier sind die Kops auch nicht so brutal. Natürlich. Ihr habt das alle gesehen. Erst vor das Bike... Ey, 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 ey. Erst vor das Bike gesprungen, ja? Ihr habt es alle gesehen. Ich glaube, ich habe auch, ich habe auch, wenn die Katzen geskippt, kann da sein. Kann man nicht noch mehr? Kann ich das irgendwie wieder... So, dann speichern wir mal ganz kurz und hohen auch mal mit Munition wieder alles. Umso eher wir jetzt Waffen kriegen, umso weniger müssen wir später kaufen. Umso mehr Munition jetzt kriegen wir noch so, weißt du? Speichern geht ja mittlerweile auch recht schnell. Spätigen. Voll. Das ist ja je nachher noch mal sechs Stunden ungefähr, wenn du speicherst. So, die Dose. Dankeschön. Wollen wir nochmal schnell alles. Wusstet ihr eigentlich... Fun Fact. Wenn ihr das Haus in Brand setzt hier, dann brennt das wirklich und die Feuerwehr kommt. Schon mal getestet? Wenn ihr das tatsächlich mit... äh, 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 mit, ähm, Monotov-Torges hochjagt das Haus, dann ist das eigentlich so, dass du wirklich, äh, dass das wirklich brennt und dass da wirklich die Feuerwehr kommendes löschen muss. Oder löschen, löschen, komm, sagen wir mal so. So, wo sehe ich denn meine Stats? Oh, ich kann die Map raussuchen. Ah, da. Ah, ich hab fertig. Ich hab ganz wenig Sexappeal. Ganz wenig Respect. Das finde ich halt ganz cool, dass du die Stats und so hast. Das ist schon geil, wenn es der zu viel wird. Map kannst du auch rauszoomen. Geil. So, dann mach ich die Pistole wieder mitnehmen. Dann haben wir wieder genug Munition. Dann haben wir auch in den Anfang wieder genug gerüstet. Stimmt, was kannst du machen? Ja, stimmt. Mach mal. Ich hab grad keine, äh, keine Monotov. Wenn ich später die Monotovs kriege, außer aus einer Mission, dann können wir es einfach machen. Ich hab dann eine Mission, wo wir das Haus anzünden müssen. Da hab ich den Monotovs von.